Gedöns und ich begrüße einfach erstmal die Runde und fange an mit Noba Eugenie Gommringer. Schön, dass du da bist. Sie schreibt Lyrik, mittlerweile fünf Bände bei Roland & Quist erschienen, hat jüngst den Ingeborg-Bachmann-Preis bekommen und viele weitere Preise. Ich bin wirklich sehr, sehr froh, dass du in dieser Runde bist.